So. Wir müssen jetzt da hoch. Wo da hoch? Da. 592 Meter und müssen die Outcasts der Region Infinity evakuieren. Wir müssen da hin. Irgendwie wird mir das Gelbe aber da angezeigt. Da, ne? Ja, die Richtung hier. 594 Meter, da. Ja. Also los. Warum gehen wir alle gebückt? Haben wir alle irgendwie Durchfall oder wird? Gegner. Gegner? Ich habe hier die wilde Lupine mitgenommen. Drei Stück haben wir. Ne, vier. Das ist gut. Dann werden wir uns die mal besorgen. Wir werden es Ihnen jetzt besorgen. Markiert. Okay. Ich wechsle mal eine Knarre. Jetzt stehen sie gut. Fangen wir mit dem Hinteren an. Bereit? Ich nehme den Letzten links. Ich nehme den Letzteren hinten, der jetzt auf mich zukommt. Drei. Zwo. Eins. Sauber. Das ging schnell. Einsammeln. Na, Miri, war das so in Ihrem Sinne? Oh, ja. Nenn und effektiv. Oh, ich habe eine neue Handfeuerwaffel. Eine Handfeuerwaffel. Ich kann gar nichts einsammeln, alles Folie. Ja, du bist ja auch eine Handfeuerwaffel. Stufe 56. Sehr schönes Wümpchen. Wümpchen? Ja, natürlich. Wümpchen gesagt. Ja. Und, oh, der Finchie. Auch auf 53. Wup, wup. Hier, Einsatz abgeschlossen. Kühles Herz. Hä? 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 Oh, duk, ihr C? Ja, ich duke. Drohne. Schön, dass wir bei den Leichen liegen, das ist toll. Mhm. Schön, dass ich Drohne gar nicht sehe. Ich auch nicht. Ich sehe sowohl, dass sie hier rüberfliegt, aber das war es aber schon. Nee, ich sehe sowohl. Nee, ich sehe sowohl, dass sie hier rüberfliegt. Danke, Fiji. Ja, gerne. Ich könnte wieder aufstehen. Ich habe was eingestellt, was ich nicht eingestellt habe. Schwierigkeit auf normal, oder was? Hä? Kann man auch gar nicht. Und jetzt erst zeigt, also irgendwas stimmt sowieso nicht, weil die ganzen, alles, was ich jetzt freigemacht habe, mit den, ähm, wo die Karte aktualisiert wird, weißt du? Mhm. Das heißt doch immer, wenn du die Fragezeichen aufmachst. Ja. Jetzt wird mir das erst angezeigt. Hm. Genau. Synge, südisch. Synge, kröne, ja, jetzt holen ich. Ja. Okay. Kommt. Ich will weiter weg. Mit ne Synchronination, du was? Ich voll... Irgendwo ein Theater? Ich höre hier irgendwelche Stimmen, was soll einer eine Aufführung haben? Ja. Feinde? Zwei Stück. Wegmachen. Drei, Zwo, eins. Einsammeln. Das ist nur ne wilde Lupine. Ja, nimm die mit. Freut sich bestimmt. Und die Typen ein bisschen weiter von der Straße wegholen. Genau. Ich schnapp mir mal eben so nen Kackvogel da. Ist ja irgendwo ein Auto. Ja. Warte, ich hol mir hier den... ...Vogel eben weg hier von der Straße. Okay, was hör ich hier? Oh, komm schon. Ich hab da ne neue Wumme gekriegt. Transport Drohne. Wenn du kannst, hol die Drohne. Zu spät, ne? Ja, mit der Pistole eigentlich nichts zu machen. Das ist wohl nicht gerade falsch. Okay, komm Fiji. Ja, Sekunde. Ab hier rüber. Bevor ihr ein Auto kommt. Jo. Okay, ich warte hier auf euch. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Bin da. Okay, weiter. Ein Spaziergang im Park. Gabi wartet im Park. Doch sie bleibt heute allein. Wie war das weiter? Ich weiß nicht mehr. Denn du wirst nicht zu ihr gehen. Ach so. Äh. Schön. Wir gucken mal. Ein Dronchen. Ja, mach mal ein Dronchen. Aber eigentlich müssen wir denen ja helfen. Ja, das sind unsere. Also hin. Ein Standort der Scale-Technologie. Komm. Oben auf dem Gebäude ist eine Kiste. Komm, Mädels. Ich hab wieder eine Drohne. Jaaaa. Mädels. Moment. Ich hab eine Drohne. Das muss ich ausnutzen. Kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie. Ich hab eine Drohne. Kommen Sie. Hallo. Baut du keine Angst haben. Die muss ich jetzt ausnutzen. Du musst mit den Raiden hier. Mit den Raiden. Hier. Erstmal mit den. Ah, hier Raiden. Hallo. Ich will Ihnen nichts tun. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir hiermit weiterhelfen. Mir erzählt doch keiner. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Das weiß ich zu schätzen. Komm ran hier. Jaaaa. Ihr habt doch auch grad gemacht. Ich hab ja keine Dronen gehabt. Verstehst du? So. Mhm. Komm ran. Es ist aber schon zu spät hier. Warte aktualisiert, sagt er mir. Ein aufgegebener Standort. Ja. Jetzt muss er mit dem hier raiden. Er raidet mit dem hier jetzt. Rede. Ja. Oder schweige für immer. Oder wie heißt er? Wo wollen Sie hin? Sentinel Patrouille näher an sich. Wir müssen hier weg. Sie müssen Ihnen ziemlich zugesetzt haben, wenn die hinter Ihnen her sind. Was macht so eine Truppe überhaupt auf Harroa? Es gab einen Anschlag aufs Geldhack. Hab davon gehört. Aber ich kenne nicht allzu viele Details. Was wissen Sie? Tut mir leid, Nomad. Ich bin beschäftigt. Entschuldigen Sie. Hm. Hm. Guck mal. Ja, viel gesagt hat er noch nicht. Mhm. Okay, Leute. Dann wollen wir das mal rausfinden, ne? Mhm. Dann mal go. Ja, hier oben ist noch ne Kiste. Ich hab hier hinten ne Kiste. Am Hintern. Nennt man auch Hämorrhoide. Tut aber nicht weh, Miri. Hm. Das kommt noch. Das kommt noch. Dann hab ich die aber seit Jahren schon. Das kommt noch. Wo ist die Kiste? Ganz oben? Mhm. Oh, ich hab ne Kiwi mitgenommen. Mhm. Ganz oben? Ganz oben. Wo ist die Miri? Miri. Komm, geh da in die Kiste. Geile Gegend irgendwie, ne? Jetzt müssen wir die drei Punkte abklappern hier. 2,8 Kilometer, 2,7. Und 1,7 Kilometer. Zu Fuß oder mit Auto. So. Ich würd sagen, mit nem Heli. Mit nem Heli geh aber gar keine. Oh, noch wieder ne neue Knurre. Knurre? Hört sich schwedisch an, ne? Oh, was haben... Oh, was ist denn hier los? Hast du gehört? Hört sich was an? Knurre? Was wird das jetzt? Schwedisch? Knurre hört sich schwedisch an. Knurre? Hört sich schwedisch? Knurre? Knurre. Ich muss das immer vorbeibringen. Ich muss auch schwedisch können. Ähm... Warum sollte ich das? Ähm... Weil sie mein Vorgesetzter sind. Ähm... Deswegen muss ich ja nicht schwedisch tun. Aber sie haben gesagt, sie können schwedisch. Das stimmt mit ihnen nicht. Was ist denn los mit ihnen? Ganz selbst. Warum... Warum sind sie denn jetzt so? Ähm... Ja. Ich versteh das nicht. Das ist ja... Kannst du was dazu sagen, Finchi? Ne. Ich versteh die nicht. Kann man gehen? Ne, Moment. Ich muss gucken, weil ich glaube, ich habe hier für die Knarre keine Knarre. Für die Knarre? Keine Knarre? Na ja... Ihr wisst doch nicht, mein... Wir müssen das Geheimnis von Decke holen. Ich will schla... Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit mir? Ihr habt keinen Schla... Schnelldämpfer. Ein Schnulli-Dämpfer. Ihr seid an dem Tor. Ich will ihn euch nicht mehr. Okay, Mann! Wo seid ihr denn jetzt? So. Äh, Heli? Wo willst du denn Heli denn herholen? Komm, wir fahren mit dem Auto oder so. Hm. Irgendwie so, wenn wir ein Auto fielen. Weil sie 2,7 Kilometer und so weiter fahre ich und dann fahre ich auch freiwillig. ich fahre nach schweden dann kann ich wenigstens schwedisch lernen ich fahre mit der lkw hier ja super und ich bin der fahrer bringen sie ich kann nicht rein hier doch jetzt kann ich rein ist nur ein zweisitz oder warte mal wir müssen ein anderes fahrzeug oder fahren sie mal ein stück vor warte ich fahre man schon vor mir ne ne das geht nicht nur ein zweisitzer warte aber zeig dir mal an hier ne ist nur ein zweisitzer ok aussteig ich würde ja schon mal vorfahren ne wir schnappen von dem von den idioten die da vorne sind schnapp wieder ein fahrzeug ach so die da kommen sie genau die da da sind die da die da am auto stehen jawohl die da ist die da die da oder die da nein freitag ist sie wieder genau und da holen wir das auto weg hallo vier minz vier minz wer schießt denn da schon ja los weg machen da mein gott nee so geht doch wer schießt denn da euer herr und meister schießt hier ich dachte wir sprechen das vorher ab ne brauchen wir doch nicht in solchen fällen hier info holen info hier info 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 oh ne neue weste ausrichten top shop ne neue weste stufe 54 so jetzt nehmen wir das auto hier und ich fahre ich komm ja nicht als fahrer oh hinlegen 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 die haben uns gesehen ne oder auch nicht doch oder auch nicht doch oder auch nicht doch oder auch nicht ich fahr jetzt mal dahinten Äh, genau. Ah, da muss er aufs Geschick. Dann halt mal an. Mein Gott, ja. Was ist das denn hier für ein Haus? Was soll das denn sein? Eine Haltestelle. Eine Haltestelle. Alles klar. Hier fährt er auch den Brust durch. Ganz bestimmt. Ich fährst wohl, dass er das hier im Brust durch ist. Irgendwie kenn ich die Ecke hier. Hier, wie kennst du die Ecke auch noch? Nein. Definitiv in der Region war ich noch nicht. Das sind Leute? Ja, du sitzt am Geschiss. Da? Sehr unerschön. Noch einer. Wollts einsammeln? Ja komm, einsammeln. Alter. Oh, da kommen noch welche. Seh niemand. Komm, ich sag mal erst mal alles ein. Muni Mun. Schau mal mich mal um die Leute hierher kommen. Sag, hier ist Kiste. Komm mal ran. Und dann? Nur bei mir. Oh, da kommt ein Auto. Scheiße. Aua. Der hat auf mich geschossen. Alter, da ist noch ein Auto. Alter. Wo siehst du das? Schießen noch nicht. Da hinten rennt einer rum, da ist auch alles. Oh. Und der kriegt jetzt auch die Fresse von mir. Okay, der hat sich hingelegt, der möchte nicht mehr. Da hinten ist noch einer. Muss der Papa dann immer kommen. Vorsicht, Granatte! Was ist denn hier denn hergeschmissen? Schau mal eben das Grüne hier. Ist das deine politische Gesinnung? Klasse, oder? Interessant. Wir haben an diesem Teil hier einen gelben Punkt, ne? Das ist interessant. Wir haben hier einen gelben Punkt. Ja, wahrhaftig. Da müssen wir ja auch hin. Cool. Hauptsache unser Fahrzeug ist mal gut. Boah, jetzt hab ich aber ne gute Waffe. Hier, Information. Ja. Der Fischi macht das fällig. Wir schlagen mal eben nach. Genau. Oh, jetzt hab ich vergessen. Moment. Nachschlagen. So. Aha. Abgeschlossen. Sentinel Einsatzbefehl. Sentinel vermutet eine Bombenwerkstatt der Outcast in der Wohnanlage Polar. Polaris, die Wohnanlage Polaris ist im westlichen Tal von Infinity an einem Hang. Hier, jetzt müssen wir doch die anderen Missionen müssen wir gar nicht mehr machen. 2,4 Kilometer. Ich denke aber schon, ne? Interessant. Aber wenn die anderen Dinger noch angezeigt werden, dann müssen wir das noch machen. Ja. Werden die Punkte noch angezeigt? Nö. Ja, komisch. Dann hätten wir die anderen zuerst machen müssen wahrscheinlich. Wir waren so schnell, Freunde. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Polaris. Ja, das ist wieder ganz woanders wahrscheinlich, ne? Wo ist Polaris? Gute Frage. Der Punkt wird mir ja angezeigt. Kommen Sie mal. 3,4 Kilometer. Da ist Polaris. Kommen Sie rein. Da ist noch eine Kiste hier oben. Wo? Hier. Unschuldiges Morden. Oh, schon wieder ne Wumse. Was ist denn mit den Jungs? Warum sind die ganzen Wumsen her, Mann? Na vor allem so. Irgendwie machen wir da langsam Sorge mit ihrer Wumserei. Geile Wumsen hier, ey. Puh. Muss ja mal gut sein. Juhu. 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 Wie mit ihrer Wumserei da. Juhu. 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 Wie mit ihrer Wumserei da. Juhu. 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 Alter, komm, dann lassen wir das. Dann muss ich das auch nicht haben. So, wir können da runterfahren, wenn ihr möchtet. Ja, wir fahren jetzt mit dem Auto. Ich komm. Ich bin der Fahrer. Okay, dann drehen wir jetzt. Ich hoffe, ich fahre jetzt in die richtige Richtung. Sollen wir auf der Straße bleiben? Der Finn steht da am Geschütz wie so ein Panzergrenadier. Kiste! Okay, einsammeln. Alles, was geht. Er ist halt kein Mensch. Er ist kein Tier. Er ist ein Panzergrenadier. Scheiße, da hätte ich auch wenn ich aussteigen brauche. Für Noppes. Für nix, ey. Hier, du Granny, geh mal wieder auf deine Position. Ja. Alter, die Gute. Ach, aber das kommt mir bekannt vor das Geräusch. Ja, ja. Schön. Oh, Auto? Machst du weg? Du kannst auch da reinfahren, wenn du möchtest. Okay, Information. Oh, soll man das Landgefahrzeug nehmen? Das ist gepanzert, wohl. Ja, hinter uns. Ist doch irgendwo eine Drohne hier. Grüß dich. Ja, tot ist sie. Nee. Ich höre aber noch Leute. Da, über mir. Alter. Was soll denn das? Er schießt nur auf uns. Ja, das ist eigentlich Miris Frage immer. Komm da hin. Komm mal ran hier, du hast noch eine Kiste vor uns. Okay. Komm, jetzt rein in die neue Karre. Der ist schön. Der macht Sinn. Warte, ich komme zu euch. Wie ist denn jetzt schon wieder? Alter. Von hier hinten. Aua. Du hast einen Platten. Das hat der den überfahren. Wenn ich nicht auf den schießt. Du hast einen Platten. Und die Karre können wir nicht nehmen. Hör auf. Du hast einen Platten hinten links. Hör auf. Aua. Jetzt will die andere nehmen. Dann will ich auch mal. Ich hab's gar nicht. Stehe rein in das Auto. Schnell. Der hat mich gesehen. Schieß doch auf den. Da kommt noch ein Auto. Ich komme zum Auto. Oh, raus. Das liegt da. Wär, 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 vor. Oh, ah. Der ist ja noch. Der fährt nicht mehr. Okay, ich gehe los. Ich bin tot. Alter. Aua. Ah, Mann, ey. Was ist hier los? Jetzt sind wir alle tot. Hollerherz. Ich bin auch tot. Das war heftig. Wie, nein? Ach, ich bin schon wieder da, wo ich nicht hinwollte. Warte, ich komme zu euch. Wo seid ihr denn? 300 Meter. Warte, ich komme. Ach, scheiße. Ich bin am Weg. Haltet durch, Kameraden. Ich bin am Weg. Ich lasse meine Kameraden nicht verbluten. Ob er es schafft oder nicht. Nein. Das seht ihr noch. Bleibt mir dran. Bleibt mir dran. Ich habe noch 26 Sekunden. Sterbt nicht. Bitte. Bleibt am Leben. Ich helfe euch. 20 Sekunden noch. Ich helfe euch doch. Wir sehen ihn, aber ich glaube, es wird so warm. 10 Sekunden. Es wird so warm. 7 Sekunden. 4 Sekunden. Und ich werde gerade wiederbelebt. Oh, danke schön. Wo ist denn der Finch? Hier, ich liege hier. Dreckt neben ihn. Äh. Ach, da ist er. Ich muss erst mal eine Spritze nehmen. Aua. Kommt von da, ne? Da ist er, da hinten. Der Sausack. Danke. Ah, kein Problem. Ich habe gesagt, ich habe ihn erschlagen. Ich meine, jetzt muss ich eine Spritze nehmen. Ja. Das tut. Wir können hier das Fahrzeug nehmen. Ich muss immer nur was einsammeln. Ja, hier auf dem Feld liegt ein Wort. Da liegen so viele Klamotzen, ne? Wie gut, dass ich nicht so weit weg war von euch. Ja. Dankeschön. Ah, ist doch gut. Muss doch nicht, ist denn gleich fein. Dafür bin ich doch... Es war so schön, dass sie uns wieder belebt haben. Ja, dafür ist der Hoxti doch da. Ja. Ich fand das jetzt so richtig. Ja. Hört doch auf. Ich war wieder zu hoch. Weil... Das war so Kameradschaft. Ich habe gesehen, wie mein Fuß abge... ...liegt. Ehrlich, ich weiß nicht, wie dein Fuß abgegangen ist. Ja. Ne, hör auf. Kein toff. Trick. Warte, weg. Und wie es weiter geht. Der will weg sein, Leute. Ja. Der will Fuß nicht begab. Tschüss. Ich helf nicht. Tschüss. Tschüss.